Hallo ihr Lieben, hier ist der Klaus von der Musikschule, Klaus Neuhaus, aus der Klavierschule im Kreuzviertel. Und ich hab euch ein Lied mitgebracht, das kennen eure Eltern ganz bestimmt, haben die auch schon im Kindergarten oder in der Kita gesungen. Mein Hut, der hat drei Ecken. Geht zu. Mein Hut, der hat drei Ecken. Drei Ecken hat mein Hut. Und hätt er nicht drei Ecken, dann wär es nicht mein Hut. Also, der hat drei Ecken. Eins, zwei, drei. Nochmal. Und mein Hut, der hat drei Eins, zwei, drei Ecken. Eins, zwei, drei Ecken hat mein Hut. Und hätt er nicht eins, zwei, drei Ecken. Dann wär es nicht mein Hut. Noch einmal. Mein Hut, der hat eins, zwei, drei Ecken. Drei, eins, zwei, drei Ecken hat mein Hut. Und hätt er nicht eins, zwei, drei Ecken hat mein Hut. Und ich hab euch heute mal einen Lieblingshut mitgebracht. Der sieht manchmal so aus. Und wenn's mein Hut ist, dann sieht der so aus. Und, äh, das geht dann so. Mein Hut, der hat eins, zwei, drei Ecken. Naja. Eins, zwei, drei Ecken hat mein Hut. Und hätt er nicht eins, zwei, drei Ecken. Dann wär es nicht mein Hut. Und da das ein Walzer ist, im Dreiviertel-Takt. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Könnt ihr euch gerne einhaken und miteinander schubeln. Mein Hut, der hat drei Ecken. Drei Ecken hat mein Hut. Und hätt er nicht drei Ecken. Und noch mal, mein Hut, der hat drei Ecken. Drei Ecken hat mein Hut. Und hätt er nicht drei Ecken. Dann wär es nicht mein Hut. Unser Denachter. Tschüss, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Klaus. Tschüss.